Oh, das war ein richtig schöner Schneemann. Ja, hier ist noch ein bisschen Dreck dran. Hier macht den Dreck. Das war ein richtig schöner Schneemann. Ich mag Schneemann bauen. Warte, ich guck ihn mir mal an. Wie sieht der aus? Ja, doch, der ist gut. Ja, der guckt richtig fröhlich. Der gefällt mir. Haben wir gut gemacht.